Die ist anders, also ein bisschen anders. Hat nur, aber hat glaub ich, hat auch nicht so lange gedauert wie Staffel 1. Staffel 1 hat glaub ich... Soll der ein Portal rein oder soll der ein Haus rein? Das wird mein Haus. Komm Freddy, Brügge bauen. Oh ne, nicht heut. Sagt der das? Nein. Ne, ich glaub der sagt, ich dachte du brauchst mich heut nicht mehr. Ja. Ja, das weiß es einfach. Ich hab mir so eine letzte Saison geguckt, daher weiß ich das. Ja. Wie viel Eier hab ich denn schon? Oh, drei, Alter. Alter. Da sind wir ja schon wieder. Ich sag ja in die Richtung. Gut. Gut, gut. Okay, brauch ich äh... Clean Stone, Alter. Oh. Aua. Irgendwas ändert euch die Brücke. Und dann gehen wir euch ins Ende. Die Brücke, Alter. Hey. Das ist ja über 1 zu 1. Nein, die ist nicht 1 zu 1. Ist das ein Stein? Nee. Oh, ich hab ja immer noch keinen Mentalplatz. Und hässlich, ne? Das stimmt überhaupt nicht. Was soll denn denn erstmal dieses Geflame hier? Es reicht jetzt. Es reicht! Es reicht! Hey, Fabian. Hä? Einfach mit dem... Hier so? Ey, das ging doch schon immer, oder? Nee, das ging nie. Ich wollte damit eine Falle bauen, als wir das letzte Mal gespielt haben. Mit der Hexe, weißt du noch? Stimmt. Hab ich gesagt, ja, die Hexe, dann ging das nicht. Ja, 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 ja. Stimmt. Was ist los? Warum man hier so kompliziert hochkommt? Eeeep. Lauf zu schnüffeln. Ich werde da hinten auf dem Berg stehen. Eeeep. Du, spionier den aus! Oder fackel alles ab. Da gibt's ja nix. Oh. Hält dir mein Haus nicht? Ey, Patty, was ist denn das für ein Oldtimer in deiner Snapchat-Story? Hier von meinem Opa, Alter. Snapchat-Story? Was denn? Geh vor. Ab, äh... Oh, der Pip, wenn der wüsste. Äh... Der Wüste. Äh... Ist ja gar nichts. Wow. Dafür so'n Schlag. Gefiel dir so meine Bude, Pip? Bitte? Gefiel dir meine Bude so. War krass. War krass. War krass. Ich würde auch gerne einziehen. So. Ich darf nur nicht zu groß bauen jetzt hier. Auch bei der Hütte. Hände. Aber... Er hat so'n geilen Spot da oben, ne? Könnte so'n geilen Wolkenpalaz oder so bauen. Ohohohoho. Palazzo. Wenn du das heute dem 13-Jährigen sagst, wir müssen die Hohesamt anzufangen. Sleeping? Oh! Sleeping! Yeah! Sleeping! Sleeping! Kopf! Will alle sleepen? Ich muss kurz mein Bett oben positionieren. Das erste Geschoss. Janis hat sich ein neues Bett gebaut? Wow, Janis. Willst du nicht neben mir schlafen? Wow. Okay. Wer ist Kevin? Das war ein Statement. Das war ein Statement. Das ist gute SkaHunter27. Kennt man doch. Ja. Mich so pippen. Legende. Wer? Der? Genau der. Ne wer? Der gute SkaHunter. Was für ein dummer Name. Das war der Kevin, mit dem wir früher bei Playtests auch Videos gemacht haben. Oder eifersüchtig? Ja, ein bisschen. Janis, wo baust du jetzt eigentlich? Er hat nen Platz. Ja. Cool, 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 cool. Wenn ich mit Köpferblöcken bauen. Das ist auch richtig unnötig. Hauptsache, dass man es irgendwie viel genutzt hat. Wenn die Köpferblöcke ihre Farbe ändern, weiß man, dass die Welt alt ist. Was? Was? Ändere noch die Farbe im Laufe der Zeit. Ja. In Minecraft. Das Erz auch? Ne, nicht das Erz. Ach warte, die Blöcke? Die werden grün? Ja. Ja. Cool, ich fähre mal so'n Block hier hin. Ernsthaft? Hä? Ja, das mach ich auch. Ne, Mann, du nachmacher, du brauchst, ne. Ah, Creeper, nein, 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 nein. Ne, ich baue mir einen Block, einen Block will ich hier hinsetzen. Cool. Warum musst du dir jetzt unbedingt... Ja, ok, jetzt habe ich zumindest einen Grund, meine Truie umzustellen. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hätte auch gern' Haus. Warum baust du keins, Alter? Als ob das so übelst die Herausforderung ist in Minecraft. Ne, ich hatte was anderes vor, aber jetzt muss ich umplanen. Ah, hier hab ich noch Clean Zone. Ah, ich hatte doch Kupfer, oder nicht? Ich hatte doch irgendwie so 30. Hä? Ah, warte mal, das hat Janis bestimmt mitgenommen, oder? Hast du Janis mit? Ja, Big J. Kann ich solche Kupfer donaten? Wer hast du denn? Äh, ah, lol, die sind ja voll günstig. Weil ich mach direkt alles zu blöcken, dann habe ich 9. Also 8 kann ich dir geben. 8 ist ja richtig, ja, ist ja richtig viel. Hä? Ja? Besser als nix, Alter, was willst du? Kann ja auch gar nix geben. Arschloch. Ja, wie er sagt, das ist nicht viel. Nein, ist die Sache. Oh. Okay. So, okay, ich geb dir 7. Hä? So baut man die Blöcke? Ach, scheiße, dann habe ich ja 100 Millionen gleich. Ja eben. 28 Blöcke, okay. Was denn? Was denn? 410 oben auf mein Dach. Hä? Ja. Oh, Hasen. Äh. Ich glaube, ich lasse die Hasen irgendwo. Die Felge getroppt. Wollt doch nen Pouch machen. Ich würde hier in die kleine Kiste hier alles, ne? Die bei den Öfen auf dem Boden steht. Hasen, Hase, Bär, Hasen. Was denn? Mausi. Mausi. So, das ist jetzt mal eine Sache, muss ich jetzt aber einfach mal tun. Die blieb mir schon seit Folge 10 oder so auf den Sack. Magistro guck. okay. Bip. So, ich bleib damit. Puh. Was ist hier eigentlich passiert? Alter. Hab ich mir geguckt? He. Da wollte ich gerade Haare mehr ab. Gehösch, CEO auf Geheimratsecken. Was denn? Richtweite ist so gering hier. Wusste ich, weil wahr. Hier kann ich z.B. ganz weit in die... Kann ich so reingehen? Die Geräusche sind aber echt... Doch, 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 doch. Fenstern. Vielleicht finde ich ja hier auch Eisen, Alter, in meiner Höhle. Also meinen Berg, meinen Bergbau. Kurz weg. Nice, 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 nice. Wissen Sie, was ich krass finde, ist, dass ich mein Filmwissen seit Staffel 1 richtig weit erweitert habe, ne, Jungs? Also Star Wars habe ich halt immer noch nicht gesehen, den Schmutz, aber den guck ich auch nicht.